er kommt jetzt nach oben, lass mich mal mit meinem video machen hier vieles licht jetzt hier, komm krabbel mal hoch baby er will raus, sollte er auf jeden fall machen, weil das hoffe ich doch, mach mal einen sprung, los raus jetzt hier, gib gas baby er macht eine falsche richtung, vielleicht sollte ich mal ein bisschen darauf hinweisen wo der ausgang ist, los jetzt hoch jetzt hier sehr gut, er ist noch nicht ganz absprungbereit so los komm, mach da jetzt hier einen zittermann, guck mal hier vorne, mach da jetzt hier so eine vom faden draußen rin, so los, weiter geht's guck da dich aber erstmal an mir, guck mal, guck mal, wer guckt hier, wie er guckt hier, alter, alter, wie er guckt hier so, keine faxen jetzt hier mehr, was geht's raus hier so, jetzt komm hier, baby, so, kannst du gas geben weg ist er so, jetzt habe ich den Fuzzi gefilmt, ne so, jetzt